Wenn du einen Kickbox machst, musst du kämpfen lernen. Kämpfe lernen nur, wenn du es machst. Mach einfach mal. Er ist auch ziemlich neu als Julian. Ich hab aber nicht so lange trainiert. Ich hab nur gelbe Götze und kein Kandon. Ja, ist okay. Wir haben gar kein Götchen. Er hat gerade mit Tigwondo angefangen. Was? Er hat ja gerade mit Tigwondo angefangen. Aber ist okay. Du musst dich angewöhnen, wenn du reinkommst. Das kommt schon. Langsam, langsam. Langsam, langsam kommt es. Also kämpfen musst du schon durch Erfahrung werden. Ja, ja. Immer machen. Dann mach ich was oder so. Was kann ich, was kann er. Ich kann es machen. Ich kann es hier reinbringen. Okay. Okay.